hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge 7 days to die da ja der kevin zu diesem zeitpunkt immer noch krank war wer hätte das gedacht ist immer noch der max und der schnitzel nur mit dabei servus können wir jetzt anfangen oder ja wegen mir schon okay also wir sind jetzt im krankenhaus ja das wollen wir gleich mal festhalten und in diesem krankenhaus da sind wir mit ganz unterwegs also kampfzone krankenhaus nix anderes nix anderes und ja da haben wir die dinge die da kommen klar stimmt nicht immer noch verboten ach ja genau stimmt crouch lassen wir nach wie vor aus das war ein guter einwand noch mal jetzt würde zusammen zurechtfinden hier ab mir fällt aber sein verdammt ich sollte vielleicht dass ich dann gleich jetzt geht es los Wo? Ach Gott, ist mir das in Scheiße zu viel, ey. Hab ich die wenigstens schon mal getroffen? Ja, jetzt gerade eben. Ah, tu mich auch. Verdammt, wer kommt das? Verdammt, ich muss nachladen. Ja. Boah. Boah, bis da mal einer tot ist, ey. Das ist ja brutal. Jaaaa! Was war denn das jetzt? Kixel is died, Max. Wie? Ja. Gott, mit dem Ding ist Scheiße zu zielen, ey. Es geht. Angebe. Max, wo bist du? Mh, Krankenhaus. Ah, war ich auch. Station 7. Station 7. Okay. Ah, ich bin fest. Ich herr ihn doch. Da ist er, da ist er! Verdammt! Komm her, komm her, komm her, komm her! Aua, ich häng fest, verdammt, was ist denn das? Wieso war ich jetzt festgemacht? Nein! Nein, ich muss nachladen! Nein! Aua, aua, aua! Nein! Was ist denn jetzt? Ja, ich bin Kummer. Ach so! Ich denk mir die ganze Zeit, ich hör sie schießen, ich hör sie schießen, ich hör sie schießen, ich hör sie schießen. Mein, Ablöse! Komm her, Gex! Worüber du bist! Das merke ich! Ah, da ist er ja! Ah, da ist er ja! Ah, da ist er ja! Warte mal, ich muss nachladen! Wo ist er denn jetzt schon wieder? Bist du davon gerannt? Ah! Da drüben ist er ja! Till, der wird erst wieder ab im Kratten passen, oder? Ja, ja! Echt? Ja, doch, krass! Ich muss mir meine First Aid Kits besser legen. Was denn KX, warst du tot? Tööööö. Aber weil da noch ein Rucksack rumliegt, deswegen. Das wird wahrscheinlich der vom Max sein. Kann sein, ja. Zähle ich einfach um die Ecke hin, weißt du? Ja, das stimmt mich ist, dass man die Namen trotzdem noch sieht. Nein, nein, ich habe schon vermuten, dass du fast da um die Ecke rum bist, irgendwo. Hätt Wasser, ich will den... Ach du Schatz. Das brauche ich nicht probiert. Was? Ich wollte gerade das Holz aufschießen, aber das dauert ja Ewigkeiten. Was schießt du denn die ganze Zeit? Ja, ich hab's nicht so mit dem Ziel und wie gesagt, bei mir denkt es teilweise... Ach so, du bist oben. Ich denk bis zu uns, das gibt's doch gar nicht. Oh. Juhu. Juhu. Hä? Was denn? Wo wart ihr bitteschön jetzt? Immer noch an der Treppe. Da war ich doch gerade noch gestanden. Ja, scheinbar ja nicht. Ah scheiße, falsches Stockwerk. Stell dir jetzt fest. Aber wer schießt denn da die ganze Zeit? Ich. Warum? Weil ich's kann. Da kannst du eben nicht. Doch. Ich war mal kurz im Park. Im Garten. Warum? Einfach so, weil ich's kann. Warum? Einfach so. Und hab die Scheiben zerschossen. Nein. Doch. You need a splint. Hahaha. Das gibt's doch gar nicht. Das Ding ist doch schon nicht groß. Was ist denn so groß? Das Krankenhaus und trotzdem finde ich wieder kein. Ja, weil du's ja kannst. Ach. Kannst du auch heute noch was anderes sagen außer das? Ähm. Ich will kurz überlegen. Zumindest jetzt siehst du, was die Wahrheit ist. So, ich genieße die Aussicht. Oh. Wo kommst du jetzt her? Scheiß Abstaub weg, ey. Wo zum Geier kamst du jetzt gerade her? Von der Treppe. Ja, hat Max schon vorher auf dich geschossen? Ja. Ja. Ach so, deswegen. Ich dachte, was ist denn jetzt kaputt? Wo kommt der denn jetzt her? Da. Ey. Das gibt's gar nicht. Doch. Ich bin die Treppe schon unten und sterb dann erst, wenn du noch oben bist. Ja, ich bin da. Du warst noch zu weit mit dem Kopf oben. Ich wollte gerade, ich hab gerade das Midi-Pack in der Hand gehabt, wollte gerade drauf drücken. Oh. Äh. Verdammt. Ich hab meine Nailgun wegschließen. Ich ist Idiot. Ich hätte zu unfair sein können, hätten sie sofort erschießen können. Das hat aber nicht gezählt. Weil ich noch nicht drinnen war. Äh. Doch. Du warst schon drinnen. Und ich war direkt auf das Ding drauf gestanden. Auf was? Hä? Ich war direkt hinter dir gerade. Ach so. Wo du reingegangen bist. Von der. So, ich würde aber sagen, Nailgun-Action machen wir dann so langsam mal Ende. Ich bin gestorben. Nein. Max ist ja runtergesprungen, oder? So Sauhund. Ich bin gestorben. Ash. Hä? Hä? Mach mir nicht nass! Ich bin jetzt deppert oder was? Hä? Nein! Kaffee leer! Hab dich! Hä? Hä? So meine Freunde, da würd ich sagen Treffen wir uns einmal oben auf dem Dach Wozu guckst, dafür habt ihr euch grad abgeschossen Na, unterhalb vom Dach Auf dem Dach mit welcher Waffe? So, und jetzt... Ähm... Ja... Würde ich sagen, wechseln wir auf Rocket Launcher Jetzt werden die ganz schweren Geschütze Jetzt werden die ganz schweren Geschütze Jetzt kommen die ganz schweren Geschütze Sonst geht's da gut, oder? Ja, bestens, bestens, den sag ich hier Bin immer gespannt, wenn ich... Wer sich als erstes selber abschießt Ja, die Frage ist berechtigt, würde ich sagen Hielst du? Äh... Äh... Ein paar Vitamine Es gibt Wellenes Dafür hab ich mal einen Cheat Da hab ich schon von 70 auf 100 hochge-cheatet Vor allem weil das bei dir funktioniert Bei mir nicht So... Das machen wir natürlich nicht hier Um Gottes Willen Guck mal in Ruhe Das... Ein geiles... Das... Das geile ist, du hättest bei mir einfach Luft Okay Ich seh keine Waffe bei dir Ja, ich bei Max auch nicht Und dein Gesicht ist vollkommen eingedellt Bei Max auch, ich seh's grad Ja Okay Freunde der Sonne Ich würd sagen, wir... Ähm... Starten so wie wir in der letzten Folge gestartet sind Von den Punkten Ja Jeder an seinen Platz Jetzt braucht's eh bloß Endschuss Wenn man gescheit zielen kann Potenziell möglich Da kommen wir ja genau auf den Punkt So... Ist er wieder an seinem Platz? Ja Gut, dann geht's los Was denn? So meine Freunde Denk dran, eins nachladen Das macht der automatisch Ja Denk dran, eins nachladen Ja Nein! Fuck! Der hat gut gesessen. Ja. Aber wir waren irgendwie alle drei auf einem Fleck schon wieder, ne? Echt? Hm? Ja. Ach, hast du Max umgetroffen, oder was? Nee, aber Max hat auf dich geschossen, während du mit mir beschäftigt warst. Echt? Ich hab die Rakete gesehen, wie sie rangeflogen ist. Ach so, weil ich nichts abkriegt hab, deswegen hab ich's nicht gemerkt. Ja, ja, ich hab bloß mal so in die Richtung geschossen. Jetzt muss ich nachmachen, erst mal. Aber jetzt sehe ich ihn. Oh nein! Das hab ich schon gesehen, ich wusste Kummer. Bist du tot? Ja. Wow, fuck! Oh, oh, oh! Und gleich noch einen hinterher. Ja, ich sieh schon, Rocket Launcher ist so ein bisschen die Waffe von Max. Was? Ja, mit denen hab ich drum gespielt. Nein! Boah! Was? Die sieht man auch immer so schlimm fliegen über die Karte, das ist schön. Nein! Ja! Boah! Ich hab dich aber gehittert, oder? Ja! 27 hab ich noch gehabt. Scheiße! Ich brauch's mal ein paar Medikits, glaub ich. Ja, Ends hat gelangt. Ich hab einfach ein Medikit reingeknallt, Max, ne? Mhm. Und dann hast du mich gleich in dem Moment, wo ich das genommen hab, nochmal erwischt. Ach so. Und dann, ähm, ja. So. Das wär jetzt fies, oder? Was? Ernsthaft! Ernsthaft! Ist das dein fucking scheiß Ernst? Naja, Keks hat eh schon auf dich ge- NEIN! Wie dir einfach's durchgeht! Eingeschmarr, direkt durch, ne, durch! Ist das dein fucking scheiß Ernst gewesen, Max? Wieso? Wenn ich wahrscheinlich in die Stadt reinkomme, du hast das sofort umgebracht. Naja? Ich will auch mal Arschloch schleien. Ich will auch mal Arschloch, ich will auch mal Arschloch, ich will auch noch mal Arschloch. Nein! Nein! Ja! Ja! Was denn nicht? Ja! Verdammt! Drei Half Points noch! Nein! Das kann doch nicht sein, ey! Das ist doch zum Kotzen! Ich hab schon gedacht, wo ich das zweite Mal daneben geschossen hab, und hab mir gedacht, jetzt sterb ich! Ja! Nein, jetzt haben wir das aufgepasst! Da nehme ich mal an, der Max war's, der mich umgebracht hat. Ich hab dich umgebracht? Nee, das war ich. Aber Max hat mich erwischt. Weil die erste Rakete ist an mir vorbei und auf einmal bin ich einfach explodiert und hab den eigenen Blick gehabt. Aber ich hab nicht gewusst, wer das war, wo ich... Ich war der auf dem Parkplatz. Wo steht der Stand daneben? Nee, ich war hinten, ich war schräg dahinter. Ja, ja. So lag halt nach, meine Fresse. Echt ernsthaft, Gras? Läuft in die Stadt rein und bringt mich sofort um. Warum soll's dir anders gehen als mir? Hä? Ja, ich war schon in der Stadt drin und er ist von außen. Nein, ich war auch drin. Gerade so. Ja. Ja. Oh, jetzt wird's schon wieder dunkel, verdammte Scheiße. Ich glaub, jetzt wird's einmal um die ganze Stadt rum. Du kleine Fassadenauer. Okay, Leute, kommt hoch aufs Krankenhaus. Den Spaß musste ich mir jetzt gerade noch mal geben. Ich hab schon gewusst, dass du oben durchstest. Sag doch auch nichts. Ja klar, Leute. Nein, kommt hoch. Okay, gut jetzt, gut jetzt, gut jetzt, gut jetzt. Ja, ja. Jetzt ist gut. Ich bleib da, weit weg von euch. Moment, das ändern wir. Du kommst freiwillig her. Okay. Ja. Max, kommst du auch noch mit dazu? Ich bin schon da. Achso. Keks, kommst du? Ja, ja. Ich bin da. Komm jetzt her. Ich hab nicht mal mehr eine Waffe in der Hand. Ja, was soll ich mal sagen? Das ist die letzte Folge gewesen für die Alpha 14. Leider ohne Kevin. Der wird aber wieder mit dabei sein, sobald die Alpha 15 rauskommt. Also wir hoffen. Es kann natürlich sein, dass... Könntest du mal auf, wenn du so schießen kickst? Es kann natürlich sein, dass bis diese oder wenn diese Folge hier rauskommt, die Alpha 15 schon am Start ist. Da müsst ihr auch gar nicht lange warten, bis die ersten Folgen da rauskommen. Wir werden dann wieder Random Maps spielen. Sind dann wieder zu dritt. Alle Voraussichten auch unterwegs. Alles andere werden wir sehen. Lassen wir uns auf uns zukommen. Ich sag mal Danke fürs Zusehen. Die ganzen... Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt waren. Also es waren mit PVP-Event, mit allem drum und dran. Denk glaube ich an die 100 Folgen schon fast. Ja, ich glaube, die haben wir sogar geknackt noch. Es könnte sein... Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, ganz die 100 haben wir nicht bekommen. Aber es geht gut dahin. 90 bis 100 Folgen waren es gewesen in der Alpha 14. Vollkommen ausreichend. Und ja, es wird 7 Days weitergeben, ganz klar. Jetzt kann es sein, wie gesagt, wenn die Alpha 15 noch nicht da ist, dass wir eine kleine Pause einlegen von ein paar Tagen, bis eben die Alpha 15 da ist. Ich denke, weiteres Rumgeblödel macht überhaupt keinen Sinn. Das ist totaler Quatsch. Ähm... Insofern... Wollen wir nochmal ritualmäßig aufs Scoreboard gucken? Oh, das könnten wir machen. Ritualmäßig gucken wir mal aufs Scoreboard. Da hast du recht. So. Ähm... Ja, da... Wow. Was? Hä? Nitzel hat die meisten Kills. Ja, aber wir haben alle null Punkte. Hahaha. Ja... Komisch. Ja, also ich habe die meisten Kills, die wenigsten Tode. Äh... Kicks... Ja, die wenigsten Kills, die meisten Tode. Wie soll es anders sein? Und ich bin schon in der Mittelfeld. Bei Max hält sich so die Grenze. Aber das war für heute erstmal vollkommen uninteressant. Was mir gar nicht gefällt, ist, dass Kicks da drüben so dort steht, weißt du, und dann auch noch an Visier zaubert. Deswegen stelle ich mich jetzt mal einfach neben Kicks. Weil wenn er da stießt, ist er auch mit tot. Ist es mir scheißegal. So. In diesem Sinne... Hör mal auf jetzt. Ähm... Würde ich einfach sagen... Wir treffen uns mal alle hier am Haar. Ja? Kommt mal alle hierher am Haar. Visiert den Boden an. Visiert den Boden an. Nix machen jetzt, ja? Weil sonst macht ihr ja alles kaputt. Ja, ja, ja. Ich werd weggedrängt. Auf drei schießen wir alle dahin natürlich. Ähm... Aber... Jetzt noch nicht. Nochmal, ich bedanke mich fürs Zusehen mit Sicherheit auch im Namen von Kicks und auch von Kevin stellvertretend, dass ihr dabei wart, die ganzen Folgen über den Alpha 14. Wir sehen uns in der Alpha 15 wieder und verabschieden uns natürlich mit einem riesen Feuerwerk. In diesem Sinne sag ich einfach... Ähm... Ich zähle runter von drei an. Und... Ähm... Dann gleichzeitig natürlich Feuer. Ja? Seid ihr bereit? Ja. Dann sagen wir... Nochmal danke fürs Zusehen und macht's gut bis in der Alpha 15. Ciao. Haut rein. So. Und... Drei... Zwo... Eins... Feuer! Naja... Ja... Juss.